Hallo und willkommen zu unserer nächsten Einheit Reh, Rehrücken, Rehfilet, braten und einen Teller fertig machen. Dann fangen wir jetzt mal an. Hier haben wir das Fleisch, das werde ich jetzt würzen und scharf anbraten und dann bei Niedertemperatur mit Kerntemperaturfühler in den Ofen schieben. Wer das zu Hause machen möchte, kann sich gerne einen Kerntemperaturfühler kaufen und gibt es also schon ganz günstig. Die verschiedenen Discountern oder wer halt schon im Semi-Profi-Bereich ist, der merkt es natürlich auch durch die Druckprobe. Niedertemperatur, wenn ich es ohne Kerntemperaturfühler mache, mache ich es bei ca. 60 und 80 Grad, je nachdem wie schnell ich es brauche, weil ich eine Kerntemperatur von 55 Grad anstrebe. Man kann es natürlich auch Sous-Vide garen, weil Sous-Vide garen würde ich auf 53 Grad gehen und dann nochmal in der Pfanne hinterher ganz kurz anbraten, so 30 Sekunden lang ungefähr und dann kommt er auch ungefähr auf die 55 Grad. Okay, zuerst bitte immer dran denken, würzen, man kann es auch hinterher würzen. Ich halte nichts davon, der Herr Müller auch nicht, weil dieser Eigengeschmack eigentlich sofort durch das Salz schon unterstützt wird und wenn man es später macht, eher weniger, dann hat man dieses aufgesetzte Salz und für mich ist es auch ein unangenehmes Mundgefühl, dann vor allem, wenn man mehr Salz nimmt. Aber das bleibt jedem selber verlassen, das ist eine Glaubensfrage. Für Vasela bitte vorsichtig, ihr verbrennt sowieso meistens schon in der Pfanne. Das heißt, hier kann man hingegen, kann man das später nochmal mit einer Pfeffermühle drüber gehen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, nochmal zusätzlich. Zum Anbraten bitte Öl verwenden, hocherhitzbares Öl, Sonnenblumenöl geht, Palmöl geht oder Palmfett geht und halt entsprechend heiß. Oder was natürlich auch geht, ist geklärte Butter, habe ich zwar da, aber da ich die nachher noch brauche, verwende ich die jetzt nicht mehr, sonst müsste ich noch das erklärt. Das war es auch schon mit dem Öl, was ich so brauchen werde. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, das Öl schön verteilen. Dann habe ich hier schon mal einen kleinen Topf gerüstet, hier mache ich schon mal Butterflüssig. Und zwar ein ordentliches Stück. Und noch einen zweiten Topf. Dann werde ich euch gleich fragen, wofür das nachher ist. So, die Pfanne ist am Rauchpunkt, etwas runtergehen, den Rösel rein. Jetzt gill ich auf, nochmal mit der Hände etwas zu. Und jetzt nochmal rumdrehen. Ihr seht, dass sich hier die Röstaromen bilden. Jetzt wird es nochmal ein bisschen zu heiß. Und jetzt reichen wir die Lärtskisse eigentlich schon aus. Langsam. Hier nochmal ein kleines Stückchen nach. Und dann seht ihr, haben wir das Reh hier schon fertig. Und das schieben wir dann nachher in den Ofen. So, insgesamt habe ich jetzt drei Töpfe mit Butter schon mal aufgestellt. Lasse das oder zerlasse es. Diese Butter mit den Zwiebeln hier, die brauchen wir für die Herzoginkartoffeln, sogenannte Pommes duchesses. Ich pinke die mit ein bisschen Zwiebeln. Ist mal eine bisschen andere Variante. Dann haben wir hier noch ein Töpfchen, auch mit Butter. Hier machen wir ein paar Brünnwas rein. So, und den dritten, den hier, den nehmen wir. Und dann haben wir als Gemüter, haben wir hier Kohlrabi-Sticks gemacht. Die machen wir auch rot dort rein. Die sind nicht vorgegart. Das muss man nämlich nicht tun. Dann werden wir hier gleich eine Prise Salz dazugeben. Wenn man hat, ein Gemüsefond oder einen Schluck Wasser. Und einfach zugedeckelt ziehen lassen, beziehungsweise leicht sortieren, damit die weich werden. Und die werden wir nachher noch weiter verarbeiten. So, gehen wir mal auf den Zwiebeln hier ein bisschen Feucht drauf. Bei den anderen auch. Die werden wir bis zu einer leichten Bräune für die D-Shirts anschwitzen. Hier braucht man sie also nicht extra als Brünnwas zu schneiden. Das reicht auch, wenn man hier Jürgen hat. Die Arbeit kann man sich sparen, weil ich das nachher mixen werde. Dann machen wir noch ein Karottenpüree. Und zwar wird die Herstellungsweise machen wir die Vichy-Karotten. Das heißt, Butter zerlassen. Haben wir schon gemacht. Zwiebeln anschwitzen. Auch das passiert gerade im Moment. Die gehen wir dann dazu mit etwas Flüssigkeit. Und zugedeckt lassen wir das so ungefähr eine Viertelstunde simmern. Ihr seht, ich habe das auch nicht zu dick geschnitten, damit das schneller geht. Das pürieren wir nachher auch. Und längst geht es am allerfeinsten, wenn man es im Thermomix macht. Wer das nicht hat, kann es auch mit einem Stabmixer machen. Auch das geht. Ich werde es euch dann mit dem Stabmixer zeigen. So, die gehen wir jetzt hier dazu. Bier werden wir schon mal ansalzen. Und jetzt etwas Flüssigkeit dazu. Und dann fehlt noch eine Prise Zucker, die wir noch dazugeben. Die hier sind fertig. Bitte in so einem, wenn ihr so wenig habt, bitte in so einem hohen Gefäß. Dann lässt es sich besser mixen als in einer Schüssel. Jetzt brauchen wir noch ein kleines wenig Zucker. Und das Ganze lassen wir jetzt zugedeckt kochen. Kommen wir zu unseren mit geschmacksgebenden Beilagen. Hier haben wir eine Birne, die schon gewaschen ist. Wir nehmen das Kerngehäuse heraus mit einem Parisien-Ausstecher. Nehmen wir den Sprung hier heraus. Dann brauchen wir noch ein kleines Messer. Um auch dieses Stück hier zu entfernen. Das ist holzig. So, ich mache es gerne mit Schale. Man kann es auch ohne Schale machen. Schneidet hier solche Scheiben. Die braucht ihr bitte nicht zu dünn zu machen, sonst lasst es sich nachher nicht mehr gut legen, weil das wird dann doch schon weich. Auch hier später wieder etwas Butter. Auch nicht zu knapp. Dann werden wir die Birne leicht anbraten. So, dann werden wir die Birne leicht anbraten. Man kann natürlich auch Brotbeinbirnen dazu machen. Oder solche kleinen Birnen gibt es ja auch, die man dann halbieren, aushöhlen kann und füllen könnte. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wir machen mal diese Variante. Bitte immer mit der Temperatur spielen. Zu hoch. Zu wenig. Ihr seht, hier kommen noch kleine braune Punkte zum Vorschein. Das ist das, wenn die Butter anfängt, fast zu verbrennen. Das sind Eiweißbestandteile. Das Wasser ist jetzt weg. Das ist der Rest der Molke. Und das wird dann zur sogenannten Böhre-Noisette. Das kann ruhig mit hier dranbleiben. Das ist nicht schlimm. Jetzt könnte man hier noch ein kleines bisschen Zucker drüber streuen. Um das ein kleines bisschen zu karamellisieren. Aber bitte nur, wenn die nicht zu weich ist, die Birne. Ganz wenig nur. Das ist schon ausreichend, weil die andere Seite müssen wir auch noch machen. Noch einmal rumdrehen. Und dann können wir das eigentlich dann schon stehen lassen und vergessen. Dann tun wir das später nur noch einmal regenerieren. Das war's schon. Dann brauchen wir noch eine Pfanne. Jetzt nehmen wir hier ausnahmsweise Liter Öl. Und zwar werden wir diese Kräuterseitlinge anbraten. Die sind geputzt und gewaschen. Relativ viel Fett. Pilze nehmen sehr viel Fett auf, dass sie allerdings später eigentlich im Großen und Ganzen wieder ordentlich abgeben, wenn man das auf ein Tuch tut und das noch mal ein bisschen drückt, dass das Fett noch mal rauskommt. Der Sinn dabei ist, dass man Pilze, je länger man sie brät, sie am meisten Wasser verliert. Was aber gut ist, in dem Moment bleibt Geschmack übrig. Ihr seht, ich habe die geputzt, gewaschen und schon geschnitten. Und zwar in so einer Stärke. Das ist nachher Maximum halb so viel. Gibt Geschmack und auch eine schöne Garnitur. Probiert es mal mit Champignons. So etwas brät ungefähr eine halbe Stunde, bis sie richtig dunkel und kross sind. Und dann schmecken sie wirklich ganz anders, wie wenn sie nur kurz in die Pfanne kommen und aussehen, als werden sie vom Blitz erschrocken. So, die Pfanne heiß machen. Die Pilze einlegen. Die werden wir auch gleich salzen. Aber bitte vorsichtig. Deswegen sage ich auch oft ansalzen. Durch das, dass sie Feuchtigkeit verlieren, ungefähr 50 Prozent. Das war die erste Feuchtigkeit. Ungefähr 50 Prozent. Brauchen wir also praktisch rein theoretisch halb so viel Salz. Das heißt, ich mache jetzt hier wirklich recht vorsichtig und nicht so viel. Ihr seht schon, wir freuen es schon, aber die Platte ist eigentlich schon aus. Und das lassen wir jetzt gleich schön langsam weiterbraten auf einer ganz geringen Stufe. Jetzt drehen wir die Pilze noch einmal. Die muss man also öfter drehen. Jetzt probieren wir die Zwiebeln. Und zwar mache ich das mit einem Ei. So. So. Dann haben wir hier für die Pro Dichesse Kartoffeln gekocht und schon mal durchgedrückt. Dann nehmen wir hier einen Esslöffel Mehl dazu. Dann brauchen wir einen Kochlöffel. Die Ei-Zwiebelmasse. Bitte nicht zu viel Butter, weil es uns auf die Bindung nimmt. Ganz dran. Ihr wisst ja auch, wo man es reinsteckt, kann man es raus holen. Die Pilze wollen wieder gedreht werden. So. So. Dann brauchen wir Salz. Etwas Muskatnöte. Oder Muskat. Bitte keinen Pfeffer. Die Masse braucht wirklich zwingend keinen Pfeffer. Das Ganze verrühren. Das Ganze verrühren. Man kann diese Dichesse Masse auch ohne Mehl machen. Das geht auch. Durch das, dass wir hier aber schon eine ordentliche Menge Butter eingesetzt haben, ist das natürlich kontraproduktiv. Wenn man das ohne Mehl macht, dann haben wir hier auf jeden Fall eine sichere Bindung. So. So. Die Pilze sind soweit fertig. Dann die Masse nochmal probieren, dass ihr auch wisst, dass sie schmeckt. 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 Dann nehmen wir unser Blech. Ich mache es immer gerne mit Butter unten drunter. Man kann aber auch Backpapier oder eine Silpertmatte nehmen. Das geht auch. Dann brauchen wir einen Truchwandel und dressieren sogenannte Rosetten auf. So könnte das aussehen, ja. So. Mancher einer geht hin und bepinselt diese Rosetten jetzt, diese oft dressierten, mit Vollei, mit Eigelb und Sahne, das man mischt. Ich mache es gerne mit Butter. Das geht auch. Und zwar wirklich so schön drüber tröpfeln lassen. Und die schieben wir dann so bei 180 Grad circa 10 Minuten in den Ofen bei Heißluft. Jetzt schauen wir mal nach unseren Karotten. Hier ist die Flüssigkeit eigentlich schon weg. So könnte man sie, wenn man sie schöner schneidet oder in eine andere Form bringen, könnte man sie so servieren. Ist nach Art der Wischi-Karotten gemacht. Und ihr werdet sich merken, wenn er das so macht, das hat unheimlich viel Eigengeschmack. Also wenn man das alles immer vorher nur in Wasser vorblanchiert. Schauen wir mal, ob wirklich alles weich ist. Fühlt sich so an. Dann brauchen wir das Wasser hier nicht mehr. Füllen das um. Und wir werden das Ganze mit dem Strafmixer durchmischen. Und wir werden das Ganze mit dem Strafmixer durchmischen Strafmixer durchmischen. Schaut bitte zu, dass das ordentlich gemixt ist. Zusätzlich kann man das noch durch ein Sieb streichen. So, ich habe es jetzt mal durch passiert. Das sieht dann so aus. Allerdings hat es einen Unfall gegeben. Das sieht er bestimmt auch. Mit lauter orangen Punkten. Passiert nun mal. Das kann man in einen Spritzbeutel einfüllen. Da ich heute aber nicht viel brauche, habe ich mir so ein kleines Tütchen gebastelt. Und fülle ich das ein. Und das kommt natürlich warm auf den Teller. Also entweder hält man sowas im Backofen noch mal warm oder wurde der Teller wärmer. Wenn der schön warm ist, kann man so ein Tütchen dann reinlegen oder einen Spritzbeutel. Entsprechend, wenn man mehr braucht, dann kann man nachher hier was auftressieren. Kommen wir zu den Kohlräbchen. Die haben wir hier. Den Topf bitte noch nicht entworfen. Machen wir vier Stück übereinander. Jetzt habe ich hier Schnittlauch, den ich zehn Sekunden in kochendes Wasser getan habe. Und dann ins Eiswasser. Bitte nicht länger, sonst geht er kaputt. Dann nehme ich diesen Stapel. Und machen wir hierher ein kleines Häckchen. Es ist halt unlängst immer etwas mehr Arbeit am Anfang. Aber dafür geht es nachher viel schneller und sauberer beim Anrichten. Also ich würde auf jeden Fall schon mal, wenn es geht, einen Doppelknoten machen. Man kann auch, wenn der Schnittlauch länger ist, eine Schleife machen. Das würde gehen. Das sähe dann so aus. So haben wir das jetzt gemacht. Das setzen wir nachher auch auf dem Blech. Können das noch mal regenerieren. Oder man macht es hier noch mal in diesen Fond, diese Butterfond mit hinein. Gießt noch mal ein ganz klein wenig Flüssigkeit an. Und dann tun wir das nachher nur noch mal erhitzen. So, ich habe das Fleisch gerade rausgenommen. Ich mache aber jetzt zuerst noch mal die Sauce fertig. Die Pilze habe ich auch wieder angestellt. So, jetzt haben wir die Sauce nach vorne. Dann gehen wir schnell zum Kochen. Hier haben wir ein bisschen Stärke. Ich muss ein bisschen nachbinden. Die lösen wir jetzt auf. Wo man euch wundert, warum das so rosa ist. Oder dunkelviolett, sagen wir es mal so. Ich habe das mit Rotwein gemacht. Also man muss das jetzt zwingend mit Wasser machen. Wir haben hier eine dunkle Sauce, die wir so in den Lungenkopf rein angesetzt haben. Und da werden wir jetzt noch eine leichte Bindung verpassen. Das ist unser stark reduzierter Fond. Könnt ihr mal schauen, wie das aussieht. Schön dunkel. Also ganz extrem reduziert. Bitte kochen lassen. Und immer Schluck für Schluck zum Abbinden. Nicht alles auf einmal. Ihr wisst nie, wie viel ihr davon brauchen werdet. Jetzt machen wir auf ein paar Reisebällen hinein. Dann noch einen kleinen Schuss Portwein. Und um die Süße nochmal etwas zu unterstützen, machen wir noch einen Schuss Cassis rein. Abschmecken brauche ich die Sauce eigentlich nicht mehr, weil ich weiß, dass sie fertig ist. Ich habe sie vorher schon mal probiert. Hier machen wir jetzt die Pfanne heiß. Um das Fleisch nochmal kurz anzubraten. Und wie ihr merkt, ist das nicht sonderlich heiß. 55 Grad ist noch so heiß. Und die Karntemperatur steckt hier im Kili. Weil das Kili das dünnere Stück ist und das zuerst gut ist. Deswegen lasse ich das Rückenstück noch etwas länger in der Pfanne. Gerade, dass wir hier außen nochmal ein bisschen Temperatur drauf kriegen. Und nochmal ein bisschen Trott jetzt. Und dann mit der Pfanne und der Pfanne. Und dann holler uns das. Und dann scheuere ich jetzt das. Und dann werden Sie das fertig in der Pfanne. Und dann können Sie es darauf achttieren. Noch ein bisschen abkürzen, weil jetzt zu viel Fett ist. So, jetzt kommt es noch ein bisschen abkürzen, aber jetzt kommt es noch ein bisschen abkürzen. Dann haben wir hier unser Pommes du Chef, machen wir hier hin, unsere Soße. Dann setzen wir das Fleisch hier an, immer schön zum Gast. Dann haben wir hier noch unser Krabi. Ich glaube, eins reicht. So könnte man das servieren. Okay. 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 Okay.